Ich lade dich ein nach Slowenien, genauer gesagt nach Terme Olimia. Es erwartet dich eine berauschende Natur, präsentierte Infrastruktur und nette Gastgeber. Unsere Anlage ist seit sieben Jahren hintereinander die beste Wellnessanlage Sloweniens, also ein Grund mehr, uns auszutesten und unser Freund zu werden. Weil immer wieder zurückkehrende Freunde sind unser größter Schatz und wir sind stolz darauf, so viele Gäste aus Österreich bei uns zu haben und da fehlt nur noch du. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.